Hei! 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 Willkommen zu einem neuen Video, habt ihr Augengriffs bekommen, ich hoffe? Das, das haben wir nicht gezeigt. Doch, das zeigen wir gerade. Ja, aber jetzt... Achja, das wurde so eine Taube. Die können wir abfeuern. Damit die Federn ausrupfen. So. Ja, wir machen weiter. Nach dem letzten Part, das er... Ich sag nur... AHHHHH! Machen wir jetzt hier weiter. Lass doch die Taube einfach Taube sein, verdammt du Scheiße. Sie gibt einen Tipps. Go, 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 go! Hallo, du hast dich schon ein ganzes Zeugs gelegt, wa? Ach, iss... Ach komm, nee. Flup... Oh ja, das mach doch mal du jetzt hier. Ja... Start. Los! Ja, viel Spass, du hast die Taube ausgewählt. Du musst das Level spielen. So. So. Und da! Oh, du, oh, du darfst... Du darfst nicht springen. Was denn? Seht doch da oben. Du darfst nicht springen. Heheheh! Er sagt sein HANA! Was macht der? Soll ich da oben springen? Pfff... IQ gleich Null. Wenn du überhaupt was IQ heißt, sag mir was IQ heißt. Wenn du jetzt nochmal springst, dann steck ich dir dieses Ding hier in deiner Nase. Autsch. Was heißt IQ, wenn du doch so slau bist? Es kommt was, hallo, du musst da nicht drehen, aber nicht springen. Hä? Jetzt ist es doch schon so spät. Ach, nee. Geil. Die Lalle wäre noch richtig geile Matiko hier. Diese Nase mit dem Schnurr. Ganz toll. Alles klar. Weihnacht. Hashtag, why not. Ja genau, sag es das, so kommt man da rein. Ja, du hast erkannt. Hütte, bitte. Ganz genau, das denk ich mir auch immer. Oh, wie soll ich jetzt das machen? Einfach weit nach unten, indem du nicht auf den Donut da landest. Der macht ihn erst mal deinen. Ach, scheiße, ne? Du pute, du pute, du pute. Was? Du pute, du pute, wa? Man muss da durchfliegen, durch, durch, durch Loch, durch Loch fliegen. Verstelle, du? Du würdest da, du, du kapiere... Level heißen fliegen, du haben fliegeanzug. Du würdest machen, du scheiß Level. Hüi... wir müssen unten links lang ich will nur schauen wie es weitergeht deswegen hat er uns ich will nur das kannst du doch machen wenn du das jetzt noch spielst du da hat mich was gestoppt dort das ist eine Kräfte da ist eine Mücke hier drin aber draußen hat es geregnet und da haben mich ganz viele weil der Regen hat sich gestochen ja ich wurde beim Regen gestochen uh jetzt ist ja mal ein Tombow das Live Premiere gerade ich will mich mal parallel laufen lassen ohne Ton hast du gerade super Capemacouchmaker 2 da schlifft der Titelbums wow mein neuer Yossi Part voll ich will aufrufe ja komm es los da ist noch nicht viel los hier so du hast ob es anwesend wäre bei der ähm ich bin Superman ist das Copyword ja und ich finde du hast voll Dessert gelast ja und ich finde du hast voll Dessert gelast weil wir sonst hier vorne und hinten nicht durchkommen wird es allerdings bald umändern weil wir uns bald mal irgendwie irgendwann mal ein bisschen länger zum aufnehmen treffen aber jetzt müssen wir halt mit dem auskommen was wir haben weshalb jetzt täglich nur ein Part kommt weil wir haben auch noch Schule und ein Privatleben man glaubt es nicht während dem Sommerfern bin ich eh nicht da hm während dem Sommerfern bin ich gar nicht da eben deshalb machen wir es davor noch ich meine wir bekommen die Story Mode bis zum Sommerfern zu noch aufgenommen jetzt ist eh nicht viel los die nächsten Wochen in der Schule doch ganz ganz viel los wir müssen wir ein bisschen satt haben das ist jetzt mies Scheiße das war ein Beileid das ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt ich bin noch nicht krank ich bin noch nicht das schränken die alle immer dann sind ich bin doch die 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 in der Welt gnadenlos verrecken ohne Gnade lassen wir dich verrecken diese Welt will dich schlängern was geht denn bei dir jetzt hier ab so viel Comic-Gesaut hier wenigstens nicht so wie Mr Snowdead 10.000 Animes anschauen pro Tag der Typ hat kein Leben ich habe keine Zeit um das Informatikprojekt zu machen nein ich muss lieber Animes anschauen Mr Snowdead auch kein Leben mehr früher hat er mal ein Leben und da war korrekt jetzt hat er kein Leben mehr also ich hab nichts gegen ihn also doch eigentlich nein also keine Ahnung doch eigentlich nein also er ist grad jetzt passt die Balljungen so ging das Level deswegen habe ich das davor so ausprobiert holy shit holy shizzle bitte bitte nein es ist nicht einfach da links da links pfff das ist doch Restsmeiß rein da nö pass auf und wirst du hier gebraten gebraten Bratwurst Super Mario wird doch nicht gebraten aber aufgestochen Autsch 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 Warum fliegt der denn so? weil der gegenprallst Autsch 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 Schuss-Alarm angesagt 6 der 1 Schuss-Alarm angesagt Das muss man dir schon mal lassen Du stellst dich nicht komplett an wie ein abgelaufenes Joghurt Wie ein abgelaufenes Joghurt Deutsch ist grad nicht so deine Stärke nach der Deutschschulabgabe heute, oder? Wieso, Bruder? Joghurt kann ablaufen Ach, hätte das gedacht Milchprodukte können ablaufen Eben Ah Er lernt mir ganz viele Sachen Ja Hast du noch so interessante Fakten? Ja Hast du zum Beispiel? Dass du dumm bist Das ist nicht interessant, ne? Aber ein Fakt Boah Und was hast du in der Schule, und was habe ich in der Schule? Hm? Ah Er sagt Freunde, du nirgst Was geht denn jetzt hier ab? Gott stricke dich lieber auf spiel Ich laber grad nur scheiße Oben gäbe es einfach ne ab Bruder Warum ist Mario gestorben? Wieso wohl? Deswegen möchte ich keine Taube sein Außerdem wird man nicht geliebt von einem Mensch Na tauben verrecken dich nur weil die auf dem Boden ankommen Mario hat schon Wissenbilanz hier hören Man Wegen dir weil du mich gestört hast Das ist mit einem Was für Das sind seine Schuld Das wir heute so viele sagen Heus Montagen Ja Okay Gut Knut Gut Knut Für die aber Ich bin die Zuschauer gerade nicht Dort ist es nicht unter Dort ist es Mittwoch oder damals Aber die ist ja Ich überlege gerade nicht mal was den Dupfen machen Ich bin die 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 Wurzeln Hör auf Dann bist du weit gekommen Einfach als nächster Gegenwurmsen Ja Komm Das hielt ich begreifender Hör so an wie ein gewisser Klassenkamerad von mir Von dir Der jeden nur auf den Sack geht Wen Fängt mit Emma an Kommt rein in die Rögen hast du so gut wie gesagt Mit M Was meinst du du Mit M Marlene Ne Ah Die Der große da Der der große behinderte Typ Haha Der schaut doch nicht unsere Wiese schon halt so Matze Matze Knudel Ja Matze Dieser Typ nervt erst ganz so ne Jetzt darf ich endlich wieder in den Boden führen Ich brauchst das 3000 Lager ne Oh das tut's gut Ein kurzes Level zack mir noch in nem Part komm Was ist dran das ich jetzt eigentlich gehen muss Meist du es um 15 Du hast noch 3 Minuten Zeit vom Level Ja ok Ja ok Ja ok dann machen wir Speed Ja nicht dass du zu spät kommst hier Warte kann ich laufen Ahja Und dann Hier Spiel Was für Und dann soll ich das in 2 Minuten machen Ach kass bekommen das halt in den Schwer Minuten In 2 Minuten wirst du nichts schaffen warte Nein Warte Raum hier Das ist die Evakuierung Ne Ne 9 Ja Puck Sie Die 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 nicht nur im Skal das ist das die Füße Woche ist so uns die Kraft dort besser ist nur viel besser nicht die Bede und dann wird die Bede dort ist immer wieder als hier ist es nur was ist ganz inklusive an die Musik hier in diesem Level wenn gleich Flender bekommen würde Schau, keine Musik. Oh! Sieh aus. Nein, nein. Okay. Verabschieden wir uns. Ich glaube, es ist ihm so schwer. Das muss man im nächsten Part machen. Wir verabschieden uns mit diesem... Stop! B-I-I-I. Hallo! Nein! Ich probiere hier gerade den ganzen Bums hier aufzugeben. So. Also Leute, das war's mit dem Part. Ich bedanke mich. Alter, wegen der Spass ist Hallo! Mach! Ich hasse das! Ich seht ihr auch diesen Typen hier. Ich bring diesen Typen hier. Ciao! Bis bald! Fass! Bis zum nächsten Mal.